es geht aber ganz schön jetzt kommt zurück zu folge speedrunners mit peter christian mami bitte nicht so schnell das ist doch das todesurteil einfach ja wenn du peters bombe läufst auch der mit das ist ja so eine spitze hast du richtig gezeigt du hast mich vor allen dingen umgenockt acht jetzt kommt die hässliche stelle wieder ich hab's verkackt oh fuck jetzt habe ich ein problem Mama! Oh Scheiße. Ey! Oh Scheiße. Oh nein, wir müssen hier da rein! Geh drauf, Peter! Geh drauf! Komm! Jawohl! Ihr seid so gemein zu mir! Mach mal, Peter, weg da! Oh Peter! Das ist... Nein! Das war Scheiße. Da hat Peter schon den zweiten rausgenommen. Peter, jetzt musst du das dann aber auch machen. Ne, jetzt verkacke ich wahrscheinlich. Ach Peter. Wie bist du denn da noch hochgekommen bei mir? Der ist voll geglitcht. Jaja. Bram macht Speedhack und Glitchhack und so eine Scheiße. Oh Peter! Oh Peter! Oh Peter! Nein! Tja, das war wohl nix. Wieso krieg ich immer auf die Fresse, wenn wir rutschen? Schon wieder auf die... Ja komm, fuck you. Oh fuck. Steh doch auf, du dummer Hai Mensch! Wow. Nein! Oh nein! Du darfst dann bespringen, Christian. Das bricht er den Hook ab. Echt? Ja ja. Okay. Das wusste ich nicht. Ja Schnuggis! Aua! Uncool. Ich muss doch kurz Gas geben, ja? Ich bin stolz auf uns. Ja. Halleluja. WTF! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich sammel wieder alles ein! Oh nein! Ich sammel wieder alles ein! Aua! Loll! Das war's für... Bleib doch hier! Ja! Federsmith! Fuck! Oh nein! Ich hab' mich drüber, sogar zugekommen! Dennis! Hartwig! Hüah! Komm, jetzt wird doch mal langsam Abgang. Nein! Ich dachte, du tust da mal rum... Ne, ne! Ich mach noch keinen Abgang, läuft nicht. Oh! Oh, yeah! Du kleiner Scheißlacker, ey! Ja, da war die Bombe ganz gut, da konnte keiner ausweichen. Oh nein! Jetzt steh auf! Oh! Ja, fick dich doch! Oh, fuck! Fuck! Da, wieso reicht das bei der Katze und bei mir nicht? Wir sind an der gleichen Stelle gesprungen! Huh! Hast du die Charaktere am Unterschied? LOL! Was war das denn für eine Aktion? Ne, ne! Ja, egal. Ich weiß, dass ich sowieso gewinnen werde. Oh, ich bin mir die Mitte zu wenig gewutscht. Ne, ich hoffe, Peter gewinnt nach der Aussage. Da, ja, schon zwei Punkte... Oh! Aua. Oh! Aua! Da, komm schon! Jetzt-Renn-Katze! Oh! Oh! Ja! Jawohl! alles noch mal mit was geht läuft das war scheiße komplett du machst das jetzt ich glaube an dich für mich hatte das aber lieb ja brahm hat gerade gesagt wird das auf jeden fall gewinnen und deswegen musst du das jetzt mal kurz machen bitte ja ich bin das aber noch selber nicht klar peter macht das jetzt scheiß macht er doch peter macht das jetzt einfach mal bitte nach links was tue es einfach nur um brams aussage zu negieren kann ich dir nicht ich kann den gefallen leider nicht tun hat dann peter macht das jetzt bitte tut mir leid aber du musst das jetzt machen ja das ist ja ja das war wohl nix brammer nur möglich durch hardys mentale unterstützung auf jeden Fall ich hab dir meine kraft gesendet kommt drückt mal alle A ihr mongos abgedrückt aber die oben links die drücken immer die ganze zeit für das gleiche level A so jetzt geht aber trotzdem andere level ab in den nightclub oh 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 geil alter aua 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 oh ach geil so nightclub jetzt hier nein 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 da hab ich ein bisschen rot aua aua du hast dich voll gerettet ey lecker marsch fuck you nein dennis hat mich was denn aua puh nein 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 wow das hat er aber ganz schön gut gemacht ey leg mich in Marsch Fuck jix nix 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 Verliert man eigentlich Zeit, wenn man hoch... Ah, jetzt seid ihr beide raus. Der hat mich halt mitgenommen. Boah, wir zwei geilen Hooks. Oh ja. Hm, Peter. Oh! Fuck. Wo geht's hier lang? Okay, hat er. Maximum Concentration! Oh, Mann. Oh, fuck. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht! Leute, ich hatte... So, geilen Lutscher. Fick dich einfach nur ins Knie. Fuck you, Bitch. Ja, snack dir das doch nochmal ab. Damit hättest du die wegmachen... Ah, genau. Boah, du kannst mich mal hart am Arsch decken, Junge. Mein Handy liegt im Weg. What? Ja, ja. Ja, komm. Da ist er. Boah, die ist grad voll drin. Voll in the zone, meinst du? Ja. Hast du den Abschluss natürlich? Nein, nein, nein. Nein! Jawohl! Boah, Hardin 3-0, ey, Respekt. Krass. Muss ab und zu auch mal sein. So, nächste Runde, ihr geilen Bitches. Hardin echt mega gesund. Piep. Piep. Ich mag die Nightclub-Map auch irgendwie wieder. Da kann man so viel hooken irgendwie. Oh, nein! Huiuiui. Ey, das war jetzt aber gemeint. Ja, war? Laser, Laser! Nein! Oh, Peter. Ach, f*** dich. Nein! Oh, nein! Oh! Oh, nö! Ich bin gelasert. Ach, komm, f*** you, Bitch. Hau rein, Keule. Ne, ne, ich kann's nicht am Arsch lecken. Was für ein Abgang, Junge? Nein! Wieso klettert du denn nichts da hoch, die dumme Hure? Verdammt sage. Ach, komm. Boah, haben alle voll den Mega-Boost gekriegt. Oh, Gott im Himmel. Oh, Gott im Himmel. Ach, komm. Leck mich am Arsch. War voll dumm. So wie Hebram das vorhin gemacht hat, war das hier voll am klügsten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Nice, Christian! Ja, das musste ich mal eben benutzen, sonst wär ich, glaub ich, raus gewesen. Oh Gott, Laser! Oh Mann, Peter, du Noob, ey. Da bin ich raus. Ja, da bin ich raus. Ja, da bin ich raus. So, jetzt muss ich noch mal einen machen hier, ey. Oh, oh, wir werden alle gelasert werden. LOL! Da ist nur einer gelasert. What the fuck? Wieso bin ich echt gelasert worden? Das ist doch Bullshit! Ja, stimmt ja so nicht. Dann bist du auch gelasert worden. Ja, aber ich war halt nicht so noobig wie du. Ach so, okay. Dann bist besser gelasert worden. Was aber noobig? Ey, was ist das? Was? Beweg dich, du Hure! Nein! Boah! 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 Na, Lord. Fuck. Ja, den krieg ich wesentlich nicht mehr ab. Na, die macht das doch jetzt doch mal! Jetzt doch, meine Fresse! Jetzt erstmal alles schön aufladen. Hui! Ja, aber gar nicht benutzen. Na, doch ein bisschen vielleicht. Oh oh. Oh oh. Nein! Du bleibst hier! Du nicht! Oh fuck! 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 Du Schwanz, ey! Ich bin schwarz, ja. Nein, du Schwanz habe ich gesagt. Ich bin schwarz, ja. Jetzt aber schnell! Nein! Da kommt der Laser! Oh fuck! Ach komm! Oh oh! Oh oh! Scheiße! Alles verkackt! Nein! Nein! more f*** dich! Nein! Oh diese Stelle ist so behindert! Oh oh oh! Oh oh oh! Na deeeeeeeel! Deeeeel! Fris den Laser, du Hure! Warum soll ich denn einen Laser fressen? Nein! Da hast du in die eigene Kiste gehobt. Oh 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 Laser! Nein! Komm schon, wie wichtig! Du Hure! Nein, tut aber nicht. Boah Junge! Oh ja, Bram. Das war gut. Das war gut. Ach komm, fuck. Das war nicht so gut. Aua. Jetzt fickt euch! Ich habe nicht meine Map. Ach scheiße, mach die Wand an, ey. Oh oh. Nein! Das verkack ich hier jedes Mal. Ficken, ey. Machst du nix. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Den ganzen Schnitt hier. Bis zum nächsten Mal und rein. Tschüss.